Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlichst Willkommen zu einer Ankündigung. Es ist mal wieder soweit Leute, ich gehe mal wieder an meine Grenzen. Und zwar wird es am Samstag einen 26-Stunden-Stream geben. Wir haben ja den 24-Stunden-Stream und den 25-Stunden-Stream bereits hinter uns. Das heißt, wir sind jetzt bei 26 Stunden. Das heißt, am Samstag um 12 Uhr wird der 26-Stunden-Stream beginnen. Sprich, wir streamen vom Samstag um 12 Uhr bis Sonntag um 14 Uhr. Denn natürlich wird am Samstag noch mal ein extra Video kommen, wann wir anfangen, wann es losgeht und so weiter und so fort. Allerdings nur schon mal als Ankündigung, als Erinnerung an euch. Am Samstag werde ich meinen 26-Stunden-Stream starten und hoffentlich mit Bravour beenden. Ich bin guter Dinge. Ich denke, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da dabei sein könntet. Also, ich hoffe allgemein, dass es ein sehr, sehr cooler Tag werden wird. Beziehungsweise coole 26 Stunden. Und freue mich einfach auf euch. Wie gesagt, am Samstag um 12 Uhr beginnt der 26-Stunden-Stream. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann oder in einem anderen Video. Macht's gut, Leute. Und ciao.